Ich bin Svenja Lüneburg und mache meine Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik bei der Firma Hiller. Ich koordiniere im Büro die Warenein- und Ausgänge. Der Fahrer meldet sich bei mir im Büro an und ich weise ihm eine Rampe zu. Über das Tablet dokumentieren wir die B- und Entladungen. Hier ziehe ich eine Probe von der Ware, die gerade angekommen ist. Die entnommene Probe übergeben wir dann unserem Kunden. Der angeschnittene Sack wird mit einem Musterentnahmeaufkleber versiegelt. Die Teamarbeit wird bei uns großgeschrieben. Mit dem Scanner erfassen wir die Ware. Um Warenprüfungen durchzuführen, verwenden wir den Steiger. Kommissionierte Paletten werden zur Ladungssicherung straff umwickelt. Als Tipp für euch Bewerber, gebt die Bewerbung persönlich und zeitnah ab. Dann packen die Bauchgefühl.